Kleine Knoten Grunde Teil 5. Ich will eine Schlaufe haben, die nie wieder aufgeht, im Vergleich zum Paltsteg. Ich lege hier meine Schlaufe auf. Und dann einmal um sich selber, wie so ein Hausrohrenknoten im Prinzip. Und dann das Auge wieder hier durch. Im Zweifelsfall kann ich das auch beim Angeln doppelt, dann hält das auf jeden Fall. Und damit kann ich natürlich auch Teil 6 Paket verschnüren. Ich gehe drum herum, gehe durch das Auge durch, ziehe entgegen der Richtung an, noch eine andere Seite drum herum, gehe wieder rein, das ist stramm. Und jetzt hier ein Hausfrauenknoten, und dann ist das auch zu.